Buschfunk, heute mit Steffen und Lego Star Wars. Ist das jetzt wirklich Buschfunk-Heiß? No go. Ja, das hat sich durchgesetzt. Britta hat mich gebeten. Das hat sich durchgesetzt, du hast es einfach bestimmt. Ohne die Community zu fragen. Ja, man darf auch nicht immer die Community hören. Das stimmt auch wieder. Hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Wir spielen heute ein bisschen Lego Star Wars und quatschen darüber, wo Steffen Jiva herkommt, wie er bei Rocket Beans gelandet ist und was er hier tut. Das weiß noch nicht mal ich, also wie ich hierher gekommen bin. Es war eine düstere und sehr alkoholträchtige Nacht auf der Reeperbahn. Ja, ich bin durch irgendeine Toilette auf der Schanze gegangen und bin dann bei Rocket Beans rausgekommen. So funktioniert es nämlich hier. Man sollte sich nicht bewerben, sondern man ist einfach irgendwann hier. Das letzte, was man noch sieht, sind sechs Leute, die aus einem Van steigen und dann ist man hier. Natürliche Selektion. Ja, und ich habe mir das beste Spiel aller Zeiten ausgesucht. Das stimmt. Lego Star Wars. Wir können mal kurz zeigen, warum es das beste Spiel ist. Wo ist der Droide? Wir müssen mal... Ja, genau. Wo ist denn ein Droide? Der Droide ist weg. Da ist doch die Cantina-Band. So, wir machen das an diesem Menschen hier oder an dem Typen. Wir müssen das ganze Bild drin haben. Ja, warte. Wir fangen mal mit dem hier an. Und los geht's. Also, falls man auch nur zieht, fangen alle an, sich zu beschießen und gegenseitig zu verprügeln. Das ist fantastisch. Es ist fantastisch. Man denkt, es ist ein Spiel... Das war der Droide, ja. Das ist der Droide wieder. Jetzt bist du der Droide. Okay. Man denkt, es ist ein Spiel für Kinder. Nein. Es ist ein Spiel für Erwachsene. Und das werden wir heute unter Beweis stellen. Es ist fantastisch. Ja, für alle, die sich wundern oder noch nicht wissen, ich bin Mirko aus der Sales-Abteilung. Und ich habe letzte Woche damit angefangen mit Luca, dass wir so ein kleines Hangy-Format quasi machen. Und ich werde jetzt wochenlich immer mir Leute aus der Firma suchen, die Lust haben, mit mir ein Koop-Spiel zu spielen und dann quatschen wir mal ein bisschen drüber, was die Leute so bei Rocket Beans machen und was die vorher gemacht haben und was sie dazu bewegt hat, zu Rocket Beans zu kommen. Komm, wir gehen mal hier in die Episode 1. Das heißt, ich muss nur auf deine Fragen antworten und muss nicht selbstständig irgendwas erzählen. Ja, das finde ich gut. Du kannst immer gerne auch selbstständig was erzählen, aber ja, grundsätzlich ist das die Idee. Wer noch ein bisschen was über mich erfahren möchte, der kann sich die Folge von letzter Woche angucken. Da habe ich auch ein bisschen erzählt, wie es bei mir so war, was ich vorher gemacht habe und was ich jetzt auch bei Rocket Beans mache. Falls jemand das interessiert, wo unser ganzes Geld herkommt. Unser sehr viel, es gibt sehr viel Geld hier, das haben wir nicht vergessen. Ja, in der Sales-Abteilung steht auch ein Kühlschrank, wo Champagner drin ist, damit wir jedes Mal, wenn ein Deal eingetütelt ist, einfach den Korken knallen lassen können. Ja, komm, Story ist uns egal, ne? Episode 1 kenn ich. Äh, ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe damals, als das Spiel rauskam, es kam kurz vor dem Deutschlandstaff in Episode 3 und ich habe mir mit dem Spiel komplett Episode 3 gespoilert, weil die Episode 3 hier schon spielbar war, bevor ich es im Kino sah. Mega dumm, aber egal. War eh nicht so geil. Ja, also die Laserschwertkämpfe fand ich schon gut. Die sind schon gut, das stimmt. Das finde ich immer so geil, wenn man New Hope nochmal anguckt, wie Vader hat und Obi-Wan sich einfach gegenüberstellt. Ich hatte es in Erinnerung, ich habe es als Kind mit meinem Vater zusammen geguckt, da hatte ich es auch irgendwie spektakulärer im Kopf. Ja, man macht sich das alles spektakulärer, als es eigentlich ist. Das darf man echt nie vergessen. Die Macht der, äh, der kindlichen Erinnerung. Warum? Es ist großartig. Oh, Geld. Oh, Geld. So reagieren wir auch immer in der Sales-Abteilung. Oh, Geld. Oh, Geld. Wir lassen einfach ein paar Tische tanzen und dann fällt er mal raus. Gegner. Ja, Steffen. Mirko, jetzt hilf doch auch mal. Nee, du hast das schon. Oh, Geld. So. Ja, Steffen, erzähl doch mal. Was soll ich denn erzählen? Erzähl doch mal, wo waren deine beruflichen Anfänger? Ei, ei, ei. Meine beruflichen Anfänger? Ähm. Also, erstmal, für alle, die mich nicht kennen, ich bin, äh, offiziell, der Titel ist Head of Marketing und PR. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was mit Marketing und PR zu tun hat, wie der Name so schön sagt. Ähm, ich bin ausgebildeter Kaufmann für Marketingkommunikation. Ähm, und, äh, hab nebenbei noch BWL studiert, als Betriebswirt VWA. Und, ähm, bin, ja, hab eine Ausbildung gemacht, eine klassische, in einer Leipziger Werbeagentur. Hab da so alles Mögliche gelernt vom Eventmanagement über so die klassischen Sachen, äh, so Print, äh, Printgeschichten, wie man so einen guten Print vom schlechten Print unterscheidet, Visitenkarten, äh, Werbemittel, Flyer, alles Mögliche. Also, du hast erst studiert und dann in der Werbeagentur noch nach studiert? Ja, ne, ja, so halb. Also, ich hab erst mal ein Wirtschaftswissenschaftenstudium angefangen, hab dann gemerkt, das ist irgendwie alles scheiße, fand ich nicht so cool. Oh, jetzt bist du C3PO oder so, oder anders. Ähm, und hab dann gesagt, okay, äh, irgendwie ist mir das, reicht mir das nicht. Ich wollte schon immer was mit Marketing machen. Aber im, ähm, wirtschaftswissenschaftlichen Studium war halt nur ein Semester Marketing erst mal im, im Bachelorstudiengang dabei. Und ich hab dann immer gesagt, so, das finde ich irgendwie ein bisschen mager. Ähm, und bin dann zu einer Ausbildung gewechselt und hab während der Ausbildung, dann noch das berufsbegleitende Studium gemacht. Ah, okay. Das war sehr anstrengend. Mhm. Aber ja, das war dann, wie lange noch, dass du das beides gemacht hast? Äh, zwei Jahre hab ich das beides parallel gemacht. Und, ähm, genau. Das ist mit Bravour dann bestanden. Ja, Bravour würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich find's tatsächlich für alle Leute, die sich überlegen, ob sie ein Studium machen sollen oder nicht. Ähm, eine Ausbildung ist immer noch sehr, sehr hilfreich. Und ich muss sagen, ich hab in der Ausbildung mehr gelernt als im Studium. Mhm. Deutlich mehr sogar. Ja, ich find auch, also, okay. Yay. Musst du kurz das Ding einsammeln. Ähm, ich find auch so, das ist ja auch so irgendwie das allgemeine Bild, was heutzutage so erwartet wird, dass man irgendwie Abi macht und danach studiert. Ähm, ich find, das, das muss es überhaupt nicht sein. Nee. Also, Studium ist auch nicht für jeden was. Ich hab auch studiert, aber ich muss jetzt sagen, äh, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, oh, ich könnte jetzt noch, äh, fünf Jahre weiter studieren, ähm, weil ich das so geil finde. So viel Spaß macht mir das dann, dann doch nicht. Äh, ich bin tatsächlich lieber am Arbeiten und irgendwie auch so ein bisschen mehr persönliche Ziele weiter verfolgen. Und, äh, das kann man im Beruf auf jeden Fall besser machen. Zumindestens, wenn du bei Rock and Beans arbeitest, das stimmt wohl. Bei anderen Filmen vielleicht nicht, wenn du in der Bank arbeitest oder so, ist vielleicht nochmal was anderes. Ja, weil hier kontrolliert auch keiner, was ich mache. Ja, das stimmt. Solange das Ergebnis am Ende stimmt, Mirko. Alles egal. Nee, deswegen, ich kann nur jedem empfehlen, überlegt euch eine, äh, eine Ausbildung anzufangen. Ähm, auch wenn es erstmal so ein gewisses Digma hat, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich Quatsch. Gute alte Ausbildung ist immer noch hilfreich. Und, äh, äh... Kannst du mal auch beim Wegzulaufen. Achso, du musst in eine andere Richtung. Ja, bist du in eine andere Richtung. Achso. Ähm, ja. Weil tatsächlich hat man ja auch das, ähm, das Problem heutzutage, dass viele Leute diese Kommunikationswissenschaften studieren, zwar theoretisch natürlich auch in dem Beruf arbeiten können, denen fehlen aber halt dann einfach viele praktische Dinge. Und gerade im Bereich Marketing brauchst du einfach sehr viel Soft-Skills, so sehr viel Social-Skills brauchst du da. Du brauchst viel Kontakte, du brauchst, ähm, ja, einfach Skills, die du im, äh, im Studium nicht unbedingt lernst, weil natürlich im Studium das wissenschaftliche Arbeiten im Followern steht. Ja, ist halt ein Studium. Ja, hier sind Ruidika, ich bin tot. Ja. Wenn du dir im Eck machst, du so. Ja, so. Äh. Stapel hier. Einer Rissen. Okay, mach das mal, ich bin schwer tot. Genau. Und, äh, dann bin ich bei Baroquebeens gelandet, nachdem ich noch, äh, nach meiner Ausbildung in der Agentur weitergearbeitet hab. Äh, und hab hier angefangen im Bereich Business Development, also im Endeffekt das, was du jetzt machst, hab ich früher gemacht. Ähm, damals war Hauke noch mein Chef, ähm, und, ähm, nachdem der dann ausgeschieden ist, hab ich das, äh, ausgeschieden, schönes Wort. Genau, der hat dann, der, äh, der aus dem, aus dem Unternehmen ausgeschieden ist, hab ich dann quasi die, seine Rolle mehr oder weniger übernommen, nicht in, nicht in allen Teilen, aber in, äh, einigen Teilen. Und, äh, jetzt sitzen wir hier. Jetzt sitzen wir hier. So, das war die Geschichte. Okay. Wie ich bei Baroquebeens gelandet bin. Habt ihr dazu noch Fragen, haut ihr gern mal in den Chat rein, sonst kommen wir gleich schon dazu, was Schiffen so tagtäglich macht. Ist auch gut, wie man hier sieht. Ja, das ist auch das, weswegen man bei Baroquebeens normalerweise hat. Wir wussten unsere Druide, wir brauchen hier unseren Druiden. Warte kurz. Wissen wir mal zurück kurz. Hier. Mach mal die Tür mit auf. Nöko, die Tür. Wir brauchen den Druiden. Nö. Schreibt Pinnauer 47. Was für ein Nachspeisen mag Steffen? Das ist ja mies fies. Ähm, ich weiß es gar nicht. Also, Nachspeisen, ich bin dann generell ein Tiramisu. Ich würde Tiramisu sagen, ist mein Lieblings Nachspeisen. Hm. Tiramisu ist sehr lecker. Ja. Machen wir gut essen. Mag Eis. Cool. Keine weiteren Fragen, sagt Pinnauer. Sehr gut, ist klar. Dann bin ich ja beruhigt. Dann können wir endlich spielen. Aber da kommt ja noch eine Frage. Wie viel hast du denn gearbeitet und wie viel hast du studiert? Ich habe 40 Stunden die Woche gearbeitet und dann nochmal zweimal die Woche abends von 18 Uhr bis 21, 22 Uhr studiert. Also in Vorlesungen. Ich denke, ich scheiße. War okay. Nee, war okay. Dafür war es halt ein relativ kleiner Studiengang. Man saß nicht mit 300 Leuten in einer Vorlesung, sondern wir waren irgendwie 30 oder 40. Ah, okay. Das war dann sehr entspannt. Dann kennt man auch die Dozenten ein bisschen persönlich. Das war dann nicht so, ob sie kommen oder nicht, Herr Giva, ist mir scheißegal. Ja, das ist ein Problem. Wobei es bei den Leuten auch völlig egal. Da muss es eigentlich nur die Prüfung bestehen. Du konntest auch zu Hause lernen. Das ist eigentlich vollkommen egal gewesen. Es gab keine Anwesenheitspflicht oder so. Ja, okay. Das ist auch so ein Ding. Also diese Nicht-Anwesenheitspflicht, dann ist man auch schnell dazu verleitet. So, jetzt bleibe ich nochmal im Bett liegen oder jetzt bin ich kaputt. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war nach der Schule nicht bereit fürs Studium. Weil ich einfach nicht so selbst organisiert war, dass das alles hätte gut funktionieren können. Das hat mir da einfach gefehlt. Und das habe ich tatsächlich in der Ausbildung gelernt, wenn man sich so selbst organisiert. Das hat mir sehr geholfen. Aber man muss sagen, Berufsschule, gerade wenn man vom Gymnasium kommt, ohne das jetzt despektierlich meinen zu wollen. Und man ist dann in der Berufsschule, ist das teilweise schon hart, nervig. Aber man hat dann natürlich auch nochmal oft mit Grundlagen und sowas zu tun hat. Also ich habe, glaube ich, in der Berufsschule fast nichts Neues gelernt. Muss ich ehrlicherweise sagen. Toll. Ja, weil ich war halt auf dem Wirtschaftsgymnasium, habe auch quasi ein Wirtschafts-Abi gemacht. Und da kannte ich halt auch schon viel. Da muss ich mich nicht immer mit irgendwelchen Produktzyklen und sowas beschäftigen in der Berufsschule. Oder English for Business habe ich auch vorher schon gemacht. Ja, Selbstorganisation ist aber tatsächlich, finde ich, auch ein sehr wichtiges Thema, weil, keine Ahnung, das bestimmt irgendwie so viel in allen Bereichen. Egal, ob jetzt Studium oder Beruf, ist es einfach so wichtig, dass du irgendwie einen Plan für dich hast. Okay, jetzt das, jetzt das. Ja, oder auch Privathilfe, das ist ja auch komplett. Damit du dich eben nicht verrennst, damit du bei Boch produktiv arbeiten kannst. Ähm, anders geht's mittlerweile heutzutage nicht mehr. So, ich bin jetzt... Oh, bitte nicht. Ich kann doch nicht mehr irgendwas machen. Ich hab nicht mehr ne Waffe. Ich bin auch wieder zum Qui-Gon Jinn. So, jetzt. Ja, und das lernt man halt eher im Berufsleben oder halt in der Ausbildung als im Studium. Wobei, auch manche lernen's natürlich auch im Studium. Also, man kann das auch nicht pauschalisieren, muss man so nicht sagen. Ja, das hängt auch immer vom Typ Mensch ab. Ja, manche können das auch sowieso einfach. Ja, eben. Wie hilft dir denn die Selbstorganisation bei deinen Aufgaben bei Rocket Beans TV? Naja, also, ähm, wie komm ich da jetzt hoch? Achso, wir müssen den, glaube ich, komm. Äh, das Ding ist ja, bei Rocket Beans hat man den großen Vorteil, dass man vieles selbst machen kann. Das erfordert aber auch, das bedeutet halt aber auch, dass hier nicht ständig jemand hinter einem sitzt und sagt, okay, du machst jetzt das, das und das und danach das, das und das. Das heißt, du musst selbst für dich priorisieren, was für deine Arbeit jetzt gerade am relevantesten ist und was nicht. Und das ist, ähm, ja, ich bin untergefallen. Äh, und dazu brauchst du einfach ein gewisses Maß an Selbstorganisation. Und wenn man hier, ich glaube, Leute, die nicht so selbstständig sind in ihrem Arbeiten, die haben bei Rocket Beans oftmals ein Problem. Oder denen fällt es schwerer, hier zu arbeiten, als Leuten, die, ähm, schon von sich aus selbst organisiert sind und eigene Ideen haben und die vorantreiben. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Und, äh, von daher, da muss man, das ist auch nicht für jeden was. Ja. Und deswegen, ähm. Ja, das wird ja auch einfach nicht für das. Wie erwartet. Ja, auf jeden Fall. Dass du, dass du selbstständig bist, dass du auch Bock darauf hast, die Sachen zu machen und dass du dann, äh, ja, es ist halt die Ergebnisse kommen und nicht, äh, jeden Tag dein Chef oder Abteilungsleiter oder wer auch immer kommt und sagt, so, heute machst du bitte das und heute das. Ja, genau das. Wenn man das möchte, dann sollte man vielleicht am Fließband arbeiten oder halt in einer, keine Ahnung, oder woanders. Aber das geht natürlich jetzt auch, das geht nicht nur bei Rocket Beans nicht so, sondern es ist, glaube ich, in der Kreativwirtschaft generell angeboten. Das war in meiner Ausbildungszeit auch schon so. Da habe ich auch schon mit einem zweiten Lehrjahr irgendwie, äh, Kunden übernommen und habe eigenständig Projekte vorangetrieben. Also, ja, das ist hier sogar, dass ich, ich habe jetzt Praktikant angefangen und, ähm, im Sales-Bereich ist es noch ein bisschen länger so, dass man zuarbeitet und, ähm, man muss auch erst mal alles so lernen, wie sind die Preisstrukturen und so weiter und so fort. Ähm, aber dass ich auch relativ schnell eigentlich sehr selbstständig mir Aufgaben übergeben wurde und Kundengespräche und Angebote erstellen und all der Kram. Aber das willst du ja auch machen, du willst ja nicht irgendwie, warum hab ich eigentlich plötzlich ein pinkes Lichtschwert, kann mir das so niemand erklären? Egal, ähm, du willst ja auch nicht die ganze Zeit einfach nur rumrennen und Leuten hinterher rennen und machen, was die sagen, sondern du willst ja auch irgendwie ein Stück weit selbst Projekte vorantreiben. Und dazu musst du halt selbstorganisiert sein. Bestes Selbstständigwerden würde ich, glaube ich, nie machen. Das wäre mir dann doch zu anstrengend. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Muss man hier hoch? Ah, hier, oder? Oh, ja. Kannst du mich hochschieben oder so? Mitmacht? Nö. Seht ihr links irgendwo? Hier vielleicht? Nö. Ah, ja. Aber das müssen wir auch mit. Ja, ja. Ja, ja. Danke. Oh, knapp. Okay, sehr gut. Das war simpel. Was sind denn deine Aufgaben als Head of Marketing? Wir haben ja jetzt schon gesagt, dass es hier nicht so ist, dass du jetzt irgendwie deinen Untergeordneten sagst, was sie zu tun haben. Genau. Tatsächlich ist es vielfältig. Marketing ist ja generell einfach ein sehr weitläufiger Bereich. Da fällt eigentlich alles drunter. Da fällt auch Sales theoretisch drunter, wenn du ganz streng sein willst. Und bei uns ist Marketing so definiert, beziehungsweise meine Rolle so definiert, dass ich mich um die B2B-Kommunikation kümmere. Das heißt, alle Kommunikation und Bewerbung von unseren, von euren Sales-Produkten sozusagen. Im Gegensatz zum Community-Management zum Beispiel, die sich um die B2C-Kommunikation kümmern, also um die Kommunikation zu euch in der Community. Und was ich außerdem mache, ich bin so eine Art Supporterrolle, kann man sagen, wenn man das so im klassischen Rollenspielbereichs haben möchte. Ich unterstütze euch in der Sales-Abteilung mit zum Beispiel Konzepten für Marken, die wir irgendwie integrieren wollen, zum Beispiel für Social Media. Ich unterstütze euch mit Präsentationsunterlagen, ich unterstütze euch mit Zahlen, mit Daten, mit Fakten, mit Argumentationen. Ich bin jetzt gerade dabei, wenn wir viel zu tun haben, dann sprichst du ja teilweise auch mit den Kunden und übernimmst auch die Arbeit teilweise, dass da ein bisschen Entlastung auch ist. Genau, dadurch, dass ich das auch früher gemacht habe, das, was ihr quasi auch macht, habe ich ja noch relativ gute Kontakte zu vielen. Deswegen mache ich jetzt zum Beispiel die Anno-Kooperation mit Ubisoft, sozusagen auf meinen Mist gewachsen. Ich kümmere mich gerade um das Thema Affiliate und um das Thema Supporters Club, wobei Supporters Club nur auf der monetären Seite, also ich kümmere mich quasi darum, dass es so beworben wird, dass da eine Steigerung der Abonnenten reinkommt. Genauso, was die Affiliate-Links angeht, was sicherlich einige schon in Formen gemerkt haben, dass ich denen jetzt ordentlich auf den Sack gehe. Ich weiß nicht, ja sagt er. Genau, das sind so meine Hauptaufgaben. Aber ich mache halt auch so Konzeptarbeit. Ja, es war noch eine sehr philosophische Frage, ob du RBTV eher als Sprungbett siehst oder als langzeitiger Beruf? Das müsste man natürlich immer gerne sagen, damit der Arbeitgeber sich darauf berufen kann. Wenn man sagt, das ist schwierig, ja, das ist schwierig. Also Sprungbett fände ich fies. Das klingt nach, ich mache das hier nur, um danach einen persönlichen Nutzen daraus ziehen zu können. So ist es definitiv nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, hier noch mit 50 zu arbeiten. Also so eine Mischung aus beidem. Das ist ja heute sowieso in den meisten Fällen nicht mehr so, dass man so irgendwo hingeht und sagt, ja, hier arbeite ich bis zur Rente. Eben. Also natürlich verfolgt man auch immer seine eigenen Ziele. Und will sich, also was wichtig halt ist, damit man langfristig irgendwo ist, ist meiner Meinung nach auch die persönliche Entwicklung. Ja, absolut. Und dass du auch das Gefühl hast, okay, ich kann hier für mich selbst irgendwie auch was bewirken. Ja. Wie gesagt, diese Weiterentwicklung. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass man halt länger da bleibt. Und natürlich sagt man, okay, ich will hier so viel wie möglich mitnehmen. Aber das muss man dann auch selbst entscheiden, wenn man irgendwann sagt, es passt für einen nicht mehr. Oder weiß ich, es ändern sich ja auch ständig Dinge, dass man sagt, ja, nee, jetzt ist es nicht mehr das Richtige für mich und ich schaue mich nach was anderem um. Ich würde mich jetzt nicht für 20 Jahre auf Rocket Beans committen. Richtig. Aber ich muss halt sagen, ich habe hier als Fan angefangen und bin immer noch Fan von Rocket Beans, von dem Projekt. Von daher fände ich Sprungbrett zu negativ. Oder es klingt zu negativ für mich. Uh, gleich hoch, warte. Ja, aber wie du schon gesagt hast, ich bin auch jemand, der sehr schnell langweilig ist, muss ich sagen. Der immer Abwechslung braucht, auch was so beruflich und so weiter angeht. Deswegen habe ich mich auch für einen Marketingberuf entschieden. Und deswegen kann ich das, kann ich nicht sagen, ob ich hier noch irgendwie, also wie lange ich bei Rocket Beans bleiben werde. Ich möchte natürlich so viel mitnehmen wie möglich und möchte natürlich das Projekt so weit voranbringen, wie ich es kann. Ja, das geht mir eh nicht. Upsale, nein, sorry. Ich habe, ähm, ich habe Bock auf das Ganze hier und ich habe viele Möglichkeiten, mich selbst einzubringen und zu sagen, das sind Ideen, die ich habe und da könnten wir uns noch irgendwie verbessern. Und das auf jeden Fall finde ich ein wichtiger Punkt für mich, dass hier halt nicht irgendwie gesagt wird, oh ja, nö, wollen wir jetzt nicht. Oder, ah, da müssen wir noch mal mit dem gucken. Sondern wenn du sagst, ich habe die Idee und das würde uns, glaube ich, weiterbringen, dann wird gesagt, ja, dann mach das und, äh, dann schauen wir mal, äh, wie es funktioniert. Und, ja, wie du sagst, das Projekt voranbringen. Irgendwie ist das scheiße hier. Warum geht denn das nicht? Muss uns hier reinschieben? Ich schicke das. Das ist mir zu hoch, das ist scheiße hier. Das soll ein Kinderspiel sein? Scheiße. Ja, komm, wir gehen einfach weiter. Heißt Projekt nicht immer auch, dass es zeitlich begrenzt ist? Ja, wenn du was anfängst und willst, ja, irgendwie auch, dass es irgendwann fertig ist und dass du sagen kannst, ja, ähm, jetzt habe ich das umgesetzt und das hilft dem Unternehmen vielleicht langfristig weiter. Ja, ja, es ist immer, stimmt, es ist immer schwierig, noch von einem Projekt zu sprechen, Rocket Beans, finde ich, ist natürlich schon, wir sind schon lange ein Unternehmen mit einer unternehmerischen Grundausrichtung. Ähm, aber dennoch ist es halt auch noch immer noch ein Projekt, also es ist immer noch etwas, was sich noch weiterentwickeln muss und weiterentwickeln kann. Wann macht RBTV mal was zum Thema Cannabis? Machen wir ständig. Immer, immer zu Feierabend. Ich habe auch was gemacht. Lohnt sich ein Praktikum bei Rocket Beans? Ja, wie, Mirko, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ist ja die Frage, wie es gemeint ist, finanziell oder? Lohnt sich irgendwo ein Praktikum finanziell? Selten. Ja. Kommt tatsächlich darauf an. Also für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich bin als Werkstudent übernommen worden und habe dann auch meine Bachelorarbeit hier geschrieben und jetzt werden sie mich nicht mehr los und eine Festanstellung und deswegen auf jeden Fall. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, du wirst hier relativ schnell sehr stark eingebunden und kannst sehr viel lernen, weil auch viel von dir erwartet wird als Praktikant. Das stimmt, ja. Deswegen sehe ich das schon so. Also wenn man es irgendwie geregelt kriegt, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber wir haben ja auch leicht reden. Wir haben leicht reden, weil wir so wohlhabend sind. Ja. Dann haben wir wirklich was fürs Leben. Ne, also lernen tut man hier auf jeden Fall, glaube ich, relativ viel. Das muss man gar nicht sagen. Aber die, um nochmal auf deine Aufgaben zurückzukommen, bezüglich der Ansprache im B2B-Bereich, heißt das denn auch, dass du rausgehst und irgendwo auch quasi die Firma an bestimmten Stellen vertrittst und präsentierst? Ja, also das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, oft von der Veranstaltung ab. Also bei vielen Veranstaltungen sind ja zum Beispiel auch Budi oder Arno oder Britta ist dann mal unterwegs. Ich bin da eher so die zweite Garde, wenn die hohen Tiere nicht mal immer nicht können. Aber doch, das mache ich auch. Und was ich halt vor allem mache, ist, ich versuche, oder ich übernehme quasi Kunden oder Partner, die zwar kein Geld haben, wo es aber Möglichkeiten gibt, eben sich über Austausch von Werbeleistungen gegenseitig zu helfen. Wie mit dem UCI. Genau, wie zum Beispiel mit UCI, da war es einfach so, da war kein Budget oder so von deren Seite da. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen da eben eine Partnerschaft mit Kino Plus drauf, haben eben Werbeleistungen dafür bekommen. Und sobald quasi ein Kunde bei euch anklopft und sagt so, ja, ich habe aber eigentlich kein Geld, dann geht er zu mir und ich kann sagen, okay, ist der interessant für uns oder ist der nicht interessant für uns? Und dann gucken wir mal, ob es da noch zu weiteren Sagen kommt. Oder wie zum Beispiel Kickbase, die ja mit Bonusliga-Fier machen, da sind die Kollegen auch bald mal zu Gast zum Glück. Apropos Kickbase, das ist böse Nachrede, die da betrieben wird über mich und Albrecht. Was ist das denn? Ja, die seelenlosen Sales-Mitarbeiter da, da kümmern wir doch nichts dafür, wenn wir so gut in dem Spiel sind. Haben wir das Spiel nicht verstanden? Ja gut. Ich kenne mich im Fußball nicht aus. Ich kann das so nicht sagen. Warum hast du jetzt wieder Laserschwerten? Die sind doch dazugekommen, du kannst doch da Hobbywahn nehmen. Oh, crazy. Das habe ich gemacht. Okay, krass. Steffen, wink mal. Hallo. Gut gemacht. Das ist gut, ne? Gute Community. Interaktion. Tolle Cutscene auch. Ja, die Katzen sind alle toll. Endlich haben wir Königin Amidala freigeschaltet. Und Captain Panaka. Oh, wieder können wir jetzt Dingens kaufen. Die brauchen mal 50.000, ne? Für die Hannah-Jones. Wer sich jetzt fragt, warum die Hannah-Jones bei Star Wars Lego dabei ist, wir haben keine Ahnung. Wir haben hier freigeschaltet. Das ist irgendeinem Grund. Das Spiel ist mir zu blutwünstig. Ja, das stimmt. Wie die Leute auch einfach immer auseinanderfallen. Warte, gehen wir mal in die Kantine zurück. Gehen wir mal in die Kantine zurück. Wer ist denn Britta? Britta ist unser CSMO. Chief Sales and Marketing Officer. Ja. Also unser Beider Vorgesetzte. Genau. Also ich habe nochmal einen Abteilungsleiter. Wie Steffen, Head of Marketing und PA. Jetzt haben wir noch einen Head of Sales. Und darüber sitzt dann noch Britta. Britta ist jetzt auch schon fünf Monate oder so. Es müssten fünf sein, ja. So. Charaktere. Der war ganz hinten irgendwo, ne? Ja. Da. Ja, Jones. Geil. Jetzt können wir mit den Jans spielen. Ich glaube, es gibt nur einen freien Spiel, dass wir das kostenlos aussuchen können. Du, Edeka. 50.000. Captain Tablas. Egal. Vielleicht weiter. Mit Ballern. Was findest du? Wo war jetzt bisher wir bei Episode 4? Ich bin die Falsche reingelaufen. Wir sind schon in Episode 2 jetzt? Wir sind jetzt schon bei Episode... Ach nee, wir können jetzt alles machen. Wollen wir in Episode 4 spielen lieber? Jo. Ja komm, wir spielen in Episode 4. Erstens noch langweilig. Was denn, ähm... Geh, es ist die Adjones. Oh ja. Lustig. Was ist denn? Wie, bitte? Au! Was ist deine Lieblingsaufgabe oder dein Lieblingsbereich ist in den Sachen, die du bearbeitest? Ähm... Ich mach tatsächlich gerne Präsentationen. Das hab ich auch bis heute immer gern gemacht. Das mach ich jetzt auch immer gerne. Ähm... Ich find einfach, das Schönste an unserer Aufgabe, unserem Job ist es, dass es sehr vielseitig ist. Und man nicht jeden Tag das Gleiche macht, sondern dass man eigentlich immer neue Aufgaben hat, immer neue Geschichten. Bin aber auch jemand, der sehr gerne kreativ arbeitet. Also, Werbespots und sowas entwickeln. Ja. Das macht mir auch so viel Spaß. Äh, nein. Als Praktikant oder Angestellter zockt man nicht die ganze Zeit nur bei Uncle Beans. Dem Irrtum bin ich auch unterlegen. Ganz im Gegenteil sogar. Es steht nicht mal irgendwie eine Konsole im Büro. Das nochmal zwischendurch so eine halbe Stunde. Das wird mir verwehrt. Das unterschätzen viele. Das ist hier tatsächlich, nach außen kehren wir immer gerne das Bild des lustigen Haufens und verspielten Haufens. Aber es ist schon durchaus professionell, was ich hier alles mache. Knallharter Ernst, wenn die Türen geschlossen sind und der Stream aus ist. Richtig. Ich bin aufgeballert. Spiel ist nicht brutal. Die sind auch nur bewusstlos. Ach ja, stimmt. Ist ein Kinderspiel. Rocket Beans hat 95, 100 Angestellten ungefähr so. Ja, ich glaub, das war die Frage im Chat. Ja, das ist so egal. Okay, cool. Nice. Geld. Ich liebe Geld. Steine. Ist schon Waffe? Ja. Hier, push the lever. Pull the lever. So, normaler Mensch. Dann durch? Nee. Nee. Nö. Dann halt nicht. Muss ich eigentlich so 08-15-Charakter sein. Weil du Spieler 2 bist. Oh, meine Sendung. Halt die Fresse. Schön die Bug-Pfeifen verteilen. Komm, ja. Danke. Das ist so anspruchsvoll, das Gameplay. Ja, das ist fantastisch. Kann ich dir jedem empfehlen, wirklich. Was heißt denn Power? Darf man nach Artikel 13 noch Spiele streamen? Ich glaube, ja. Sind wir hier rein? Ah, ja, tatsächlich. Komm mal da unten hin. Jetzt mal hoch. Komm mal da unten? Ach, jetzt brauchen wir hier wieder einen Bot. Jetzt brauchen wir R2. Oh, das Spiel ist zu schwer. Oh, wie viel muss man bezahlen, um ein Format bei uns zu sponsern? Viel Geld. Ja, es kommt. Es kommt aufs Format drauf an, auf die Reichweite, auf die Besetzung. Auf die Besetzung nicht so viel, aber auch. Die Sache ist ja, wir verkaufen ja Werbeleistungen, um auch mal ein bisschen Fach zu simpeln. Und Werbeleistungen werden in der Regel in Kontakten bezahlt. Das heißt, für jeden Werbekontakt, den wir verursachen, kriegen wir Geld. Und das ist unterschiedlich je nach Reichweite. Das ist im klassischen Print so, das ist im klassischen Fernsehen eigentlich auch so. Das ist fucking Raider. Fuck, gegen den können wir nichts machen. Das heißt, wenn ihr irgendwo Werbeleistungen einkauft, bezahlt ihr immer eine Reichweite. Was ist denn das jetzt? Ach so, wir können nicht an ihn ran, oder was? Müssen wir hier die Sachen einfach machen. Ist er jetzt tot? Haben wir ihn abgewehrt? Er ist, okay, er ist weggelaufen. Vader. Hatten wir schon mal ein Angebot, mit RBTV ins Fernsehen zu gehen, als eigene Sender? Ich glaube nicht. Das Ding ist auch, diese Sendelizenzen, nicht die Sendelizenzen, sondern die Sende, wie heißt denn das? Ritter weiß das. Die Sendefrequenzen, das heißt das, glaube ich. Die sind einfach sackteuer. Ja. Und davon gibt es auch nur begrenzt. Aus irgendwelchen Gründen. Und dann kriegst du halt, wenn du dann irgendwas kriegst, dann bist du halt auf Sender 258. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann überhaupt erstmal jemand findet, dann lohnt sich das schon fast nicht mehr. Weil du halt nicht so eine Steigerung in der Reichweite hast, dass du sagst, okay, geil, dass wir jetzt im normalen Fernsehen laufen, weil aber kaum jemand dich halt sieht, findet. Wir passen ja auch gar nicht mehr so richtig ins eigentliche Fernsehen, weil das ist ja nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ist auf YouTube unterwegs, sie ist auf Twitch unterwegs, sie ist im Digitalen halt unterwegs und nicht im Fernsehen oder am Fernseher. Oder wollt ihr lieber Rocket Beans am Fernsehen? Ich meine, ihr könnt natürlich auch am Fernseher gucken, das ist nicht. Ich würde sagen. Aber im Fernsehen, ich weiß nicht, ob das so einen großen Mehrwert bietet. Das ist wieder so ein Schieberätsel. Ach, diese Schieberätsel, die sind mir viel zu kompliziert, Mirko. Ich bin auch zu alt für mich. Ja, eben. Gar nicht so. Ich glaube, ich bin einer der Jüngsten hier bei Rocket Beans. Das ist ekelhaft. Man denkt immer, wir wären so jung. Nein, wir sind ja gar nicht so jung. Unsere Zielgruppe ist ja auch gar nicht so jung. Ja, stimmt. Ich bin ja auch nicht so jung. Ich bin einfach schon sehr reif. Ah, das muss ich jetzt nicht sagen, aber gut. Genau, Weipo und unser Tool sind ja digitale Plattformen und da ist es tatsächlich so, dass wir da, dadurch, dass es digitale Plattformen sind, kein extra Geld dafür bezahlen müssen, sondern wir, das ist zum Geier, sondern wir teilen uns einfach die Werbeeinnahmen und dadurch refinanziert sich das Ganze quasi. Ja. Ja. Ähm, ich schaue es gerade auf dem Fernseher, ja. Also ich schaue auch zu Hause Rocket Beans ab und zu dann über die Xbox-Site über den Fernseher. Also es gibt ja Mittel und Wege, aber ja, als richtigen, ähm, richtigen Sender im TV ist es dann noch mal was anderes, denke ich. Wer ist bei uns der älteste Mitarbeiter? Thaddeus. Definitiv, oder? Ja. Oder Albrecht. Naja. Thaddeus ist, glaube ich. Oder Thaddeus sieht einfach nur sehr alt aus. Das kann auch sein. Was ist das denn hier? Ich habe einen Greifarm. What? Wette ihn. Ja, ich komme nicht hinten. Wo ziehe ich denn gerade hin? Ich kann ihn nicht greifen. Nee, du musst die an... Ach, die Boxen, oder was? Ah! Und wo hin jetzt damit? Auf die. Auf die. Bam! Easy. GG, Nori. So, nicht Eddie. Für körperlich, Eddie, ja. Sonst? Du fährst hier mit C-3PO erst mal vor, oder was? Hä? R2-D2. Nee, R2-D2 mach ich doch. Hä, ist dasselbe. Hä? Star Wars, Star Trek. Wir müssen da rüber. Kannst fliegen? Ja, krass. Toll, C-3PO muss das machen. Wie soll der hier rüberkommen? Oh, der kann nicht rüberfliegen, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich müssen wir den mit dem Greifer haben, oder? Soll ich mal so ein Greiferam geben und dich rüberwerfen? Na! Untergefallen. Okay, dann nehme ich C-3PO. Spalter! Spalter? Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir noch vorgelesen, was im Chat passiert ist. Ich komm hier nach vorne. Ich hab bloß hier den Schatten da jetzt. Ja, ja, ja. Oh. Falschtaste. B. Puh, okay. Thank you. Ich muss näher kommen. Ich kann nichts machen. Ah, jetzt. Let's go! Oh. Ja. Kann man sagen, RBTV ist der Nachfolger von GigaTV? Nein. Ich glaub auch nicht. Äh, ich glaube, wir sind inhaltlich anders aufgestellt und auch von der Art anders aufgestellt als Giga. Ohne, dass ich jetzt großartig Insights in Giga hätte. Ja. Die hab ich tatsächlich auch nicht. Ich hab tatsächlich Giga, wie gesagt, ich bin ja noch in der jüngeren Generation. Ich hab Giga erst entdeckt, beziehungsweise ich hab Giga entdeckt und drei Monate später war Giga tot. So, das ist ja traurig. Das war richtig traurig, weil das war für mich irgendwie so ein Enlightenment. Ich war so, geil, so einen Sender gibt es, das ist ja richtig krass. Und dann hab ich das immer geguckt und dann war es weg und ich war richtig traurig. Wie kann das denn sein? Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt bei so einem Laden wie Rocket Beans arbeite. Du hast doch keine Waffe oder doch? Hat doch so ein List-Dingens. Oh, ich mach die mal um. Wie finanziert sich Rocket Beans mit so wenig Viewern? Ähm. Wir zahlen alle privat noch was rein. Nee. Das haben wir nicht. Der kommt doch jetzt bald. Der kommt bald. Genau. Die guten Kollegen aus dem Community Management bereiten da gerade für euch ein bisschen was vor, um ein bisschen mehr, oder braucht man ein Ding jetzt, Staumtruper, um euch ein bisschen mehr Insights zu gewähren. Und das wollen wir natürlich nicht spoilern. Nee. Auf keinen Fall. Also den will ich nicht dafür verantwortlich sein. Genau. Das andere Video bei Rocket Beans, man möchte nicht verantwortlich sein. Das war ich nicht. Das hat mit mir keiner abgesprochen. Ich finde eine sehr schöne philosophische Frage aus der Frage, ob wir überhaupt ein Supporters-Club sind. Ob man als Rocket Beans Mitarbeiter in den Supporters-Club gehen sollte oder ob man das nicht machen muss, weil man arbeitet ja schon für ihn da. Weißt du, was ich meine? Ja. Ist eine sehr interessante philosophische Frage. Ähm. Nein, ich gebe meinem Arbeitgeber kein Geld, damit er mir dann Geld gibt. Das ist eigentlich Quatsch. So sehe ich das. Also, ja, ich würde die Aussage unterstützen. Ich arbeite ja schon hier. Schon. Und unterstütze das Unternehmen mit den Mitteln, die ich halt in Form von Arbeitsstunden hier einbringe. So viel ist das jetzt ja auch nicht, aber ja. Hier. Machen wir da hier, Möko. Ja. Dass ich sagen würde, das wäre, glaube ich, ja. Ja, du bezahlst dein eigenes Gehalt. Ja, das ist irgendwie. Das ist eigentlich Quatsch. Hast du das nicht gesehen? Nee. Es waren zwei Stormtrooper, die da im Whirlpool saßen. Achso. Die hat nämlich umgeschossen. Aus Gründen. Warum ist denn Whirlpool in der Security-Kapsel da? Als lustig ist. Das ist doch aber nicht safe. Und gleich die Arbeitssicherheit. Nee, deswegen sag ich mal, ich würde nicht in den Supporters-Club einzahlen. Also ich finde das Konzept cool und wenn ich jetzt nur Fan wäre, dann würde ich es wahrscheinlich auch machen, weil ich dieses Prinzip sowieso, was zur Zeit ja, da sind wir ja nicht die Einzigen, guckt ihr ein Dude Perfect oder ein College Humor oder was weiß ich, die dann auch sogar noch quasi Inhalte dahinter verstecken, die andere nicht sehen können. Das machen wir uns nicht. Da haben wir uns ja bewusst gegen entschieden erstmal. Erstmal. Nein, dass ich halt sagen würde, ja, um halt genau den Content, den ich viel konsumiere, zu unterstützen und zu sagen, anstatt, weiß ich nicht, mein Geld für eine Kinokarte oder so auszugeben, sag ich lieber, gut, die kriegen jeden Monat ein bisschen Geld von mir, damit die halt das gucken, damit die das machen können, was ich auch immer gucke und da hilft auch jeder Supporter. Also dann würde ich es auf jeden Fall machen. Aber, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das den Zweck erfüllt als Mitarbeiter. Als Mitarbeiter ist es schwierig, ja. Gibt es Supporter, die über 20 Euro zahlen? Ja, gibt es. Es gibt einen, der zahlt sehr viel. Ich sage jetzt nicht genau wie viel. Ja. Ja, man verdient genug, um auch mal in den Urlaub zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Ja. So schlimm ist es dann auch nicht. Ich mache hier immer Witze über, glaube ich, die Bezahlung von Rocket Beans, aber eigentlich ist es okay. Es ist jetzt nicht so, dass man sieht, dass man hier reich wird, aber es ist auch nicht so, dass man hier einen Hungertoten hat, oder? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Also hier gibt es ja Obst und Nüsse. Ja, stimmt. Richtig. Und gratis Wasser. Müssen wir eigentlich Werbung machen, Mirko? Oder machen wir hier gar keine Werbung in diesem Format? Nüsse gar nicht. Ach doch. Ja, können ja nach der geilen Cutszene machen wir mal eine kurze Werbung, damit wir auch noch Geld verdienen. Was zum Geier? Achso, okay. Es ist großartig. Ich liebe dieses Spiel. An die Szene kann ich mich nicht aus dem Film erinnern. Auch nicht. Ah doch. Jetzt kommt der alte Obi-Wan Kenobi. Das ist fantastisch. Ah. Ah. Dann gehen wir mal kurz in die Werbung. Bis gleich. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Cool. Ähm. Wenn ihr noch mal Fragen habt, wie ihr da seid? an Steffen jetzt, was, äh, den Arbeitsablauf und so weiter angeht. Stellt die gerne noch mal, noch mal in den Chat, dass wir noch mal vielleicht ein bisschen darüber auch sprechen. Ähm. Ansonsten, ja, wir lesen ja die ganze Zeit im Chat mit und, äh, ja. Bauern sonst weiter Lego. Einfach. Ja. Was auch immer das hier werden wird. Und ne Sandburg! Ich bin ne Sandburg gebaut. Du bist jetzt Obi-Wan Kenobi und ich bin Luke Skywalker. Äh. Ich bin Obi-Wan, ja. Obi-Wan, ja. Obi-Wan war, war, war schon immer mein Lieblingsgeist. Ja, ja. Äh. Steffen, was zockst du aktuell? Ähm. Ich zocke aktuell. Ähm. Sekiro! Auf jeden Fall. Und, ähm. The Rimworld habe ich jetzt gerade wieder ein bisschen gespielt. Ähm. Und natürlich spiele ich immer noch Remus Exige. Sehr viel. Ähm. Wie langsam dieses Kack-Ding denn ist. Ja. Warum sollte man das denn benutzen, wenn das so scheiß langsam ist? Hier kommen die scheiß Sandräuber. Kann man nicht mal angreifen. Ja, dann runter da. Laserschnetzeln. Eher Pommesbude oder Restaurant? Hm, kommt auf die Laune an. Ähm. Ich bin ein Freund der guten Pommesbude, muss ich sagen. Und ich bin auch ein Freund von Restaurants. Wow. Ich esse alles. Alles. Wow. Am besten beides. Am besten gleichzeitig. Ja, am besten alles gleichzeitig. Kein Division 2 mehr. Ey, ich habe so wenig Zeit. So ein schönes Steak aus dem Restaurant und Pommes von der Pommes. Ja, genau. So muss es sein. Ich habe leider so wenig Zeit zum zocken. Ich habe zu viele Hobbys. Das ist ein bisschen mein Problem, habe ich das Gefühl. Du hast zu viele Hobbys. Ja. Ich habe zu viele Hobbys. Was hast du denn für Hobbys? Na, ich spiele Pen & Paper, ich spiele Tabletop währenddessen. Beides sehr zeitintensive Hobbys sind. Ja, stimmt. Ähm, und da bleibt nicht mehr viel Zeit neben der Arbeit. Ja, stimmt. Das ist ja so. Genau, da hatten wir vorher eigentlich auch drüber gesprochen. Also wenn ihr keine brennenden Fragen mehr dazu habt, was Steffens Aufgaben hier sind und wo er herkommt, was man bei Rocket Beans macht, dass wir auch sonst uns noch ein bisschen über Pen & Paper unterhalten. Weil ich spiele privat auch und ich schreibe gerade meine erste Geschichte als Spielleiter. Und sonst können wir auch gerne da uns gleich noch ein bisschen mehr drüber unterhalten, weil das finde ich ein sehr schönes Thema. Das stimmt. Ein bisschen Zeit haben wir auch noch. Ja. Au! Du hast deinen Schuss direkt auf mich abgelenkt. Oh, mit Recht. Hey. Die Hobbys sind genehmigt übrigens von Chat. Kann er BTV eigentlich keine Werbung bringen, die ihnen Geld bringt? Ein paar Shirts bewerben und eine Forschung bringen doch nichts ein. Achso. Genau, was ein bisschen das Problem ist, was viele auch fragen, was ich immer wieder lese, ist, dass wir sind angewiesen auf die Plattform, auf denen wir laufen, was unsere Werbepausen angeht. Das heißt, die Werbe-Filmchen, die ihr normalerweise eine Werbepause seht, kommen nicht von uns, sondern die kommen von den jeweiligen Plattformen, auf der ihr guckt. Wenn diese Plattform jetzt keine Werbung gerade hat, die sie ausspielen kann, dann läuft natürlich auch keine Werbung. Und deswegen sehen einige von euch keine Werbung in den Werbepausen. Ja. Wir versuchen ja auch, falls ihr Kino Plus oder Bundesliga guckt, das ein bisschen mehr jetzt auch selbst zu steuern, indem wir sogenannte Superspots halt versuchen zu verkaufen. Und die binden wir dann halt selber in die Sendung und in den Stream ein. Und dann kommt halt eine kleine Ankündigung von uns. Und wir sagen einmal, hey, nach nur einem Spot geht es weiter. Und das ist halt... Was zum Geier! Das ist halt ein bisschen gezielter. Und da verdienen wir auch mehr dran. Und wir steuern das halt ein. Also das wäre in dem Fall dann genau das. Aber ja. Man muss auch wirklich sagen, rein von Werbeeinnahmen durch YouTube, Twitch oder was auch immer, kann man auch eigentlich nicht wirklich gut Content machen. Also es gibt bestimmt einige YouTuber, die auch nur mit YouTube-Werbeeinnahmen Geld verdienen. Aber du musst es eigentlich immer noch über Subs, über VIPs, über Werbedeals und so weiter, musst du es eigentlich noch weiter aufstocken. Und bei uns, bei so einem 100-Mann-Unternehmen, das kannst du auf keinen Fall mit Werbung von YouTuber Twitch monetarisieren. Das funktioniert einfach nicht. Deswegen brauchen wir halt eine starke Sales-Abteilung, um da eben die restlichen 99% unserer Einnahmen hetzt zu bekommen. Und man darf echt nicht unterschätzen, Affiliate, Merge und andere Community-basierte Einnahmen machen auch immer noch einen relativ großen Teil des Kuchens aus oder einen nicht zu unterschätzenden Teil. Und dafür sind wir auf jeden Fall immer noch sehr dankbar, weil das natürlich uns auch dabei hilft, so ein bisschen genauer drauf zu gucken, was für Partner wir denn eigentlich haben. Ne? Ja. Was passiert hier? Ist das ein Wischroboter? Kannst du da rausspringen und dann da oben irgendwie hoch? Warte, ich kann hier. Hui! So. So wird auch ein Schuh draus. Wieso kann ich nicht mehr subben? Weil wir kein Twitch-Partner mehr sind. Direkt im Anschluss stand auch die Frage im Chat, ob du glaubst, dass wir nochmal Twitch-Partner werden oder ob der Zug abgefahren ist. Was heißt also mehr? Ich find, Zug abgefahren ist nie. Nee. Die Chance gibt's immer nochmal, aber ich sag mal jetzt in naher Zukunft denk ich erstmal nicht, weil wir auch ein anderes, ja, eine andere Strategie verfolgen. Nämlich, dass wir eigentlich so viele Kanäle wie möglich erstmal spielen wollen, um halt noch mehr Leute zu erreichen. Und sowohl bei Twitch als auch bei YouTube ist es halt so, wenn du da von den jeweiligen Plattformen noch irgendwie ein bisschen Unterstützung haben willst, musst du dich eigentlich fast immer exklusiv auf die Plattform committen. Mhm. Und das ist für uns nicht immer so zielführend gewesen in der Vergangenheit. Ja. Deswegen, ich weiß auch gar nicht, ob's unbedingt so notwendig ist, weil wir passen auch nicht so richtig auf Twitch, hab ich das Gefühl. Weil wir einfach nicht die klassischen Streamer sind, ne? Schwierig. Rocket Beans passt eigentlich kaum so hundertprozentig auf eine Plattform. Passt auch nicht hundertprozentig auf YouTube. Ähm, das ist ... Ist auch nicht so, dass Twitch uns nicht als Partner will, wenn dann halt exklusiv. Und das wollen wir halt nicht. Genau. Das ist ein klassischer Fall von, äh, man kann sich nur schwer einigen. Du hast einfach Interessen, die da, ähm, nicht unbedingt, ähm, nebeneinander funktionieren. Was machst du denn da? Wann brauchst du denn die Army ja was? Ich will nur hier an die Dinger rankommen. Kannst nur du die, die drehen? Ich kann die anscheinend nicht drehen. Drehen wir alles hier. Ich sag mal das Geld ein. Waren die Twitch Primes Hubs nicht eine gute Einnahmequelle? Ja, geht so. Ähm, wie gesagt, zu diesem ganzen Thema Einnahmen, wie finanzieren wir uns, dann, äh, gibt's demnächst noch von der, äh, von der Community Management, ähm, ein paar mehr Infos. Ähm, deswegen will ich da jetzt gar nicht so viel drüber spoilern, sondern will das lieber den Kollegen überlassen. Ähm, aber da kommt auf jeden Fall noch was. Stimmt das, dass wir dabei sind, unsere eigene Plattform zu entwickeln? Naja, rocketbeans.tv ist ja schon eine eigene Plattform, wenn ihr so wollt. Wir benutzen zwar die Videoplayer von den jeweiligen Plattformen, weil wir natürlich auch sagen, dass die, ähm, natürlich technisch einfach am weit fortgeschrittensten sind, aber rocketbeans.tv ist schon eine eigene Plattform. Für sich. Ein Stück weit. Ja. Wir müssen das Ding, glaub ich, irgendwo draufschieben lassen. Äh, für YouTube ist es kein Problem, dass wir auf, auf Twitch sind. Nein. Stimmt. Aber das ist natürlich auch so, also sowohl bei Twitch als auch bei YouTube ist es so, die haben natürlich ein Interesse daran, dass man als Content Creator exklusiv auf deren Plattform unterwegs ist. Also, ja. Da darf man sich gar keine Illusionen machen. Die haben auch ein eigenes Interesse daran. Und, ähm, deswegen, ja, es ist immer nicht so, nicht so einfach. Da. Ah. Hi. Auf zu. Hey. 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 Was ist das hier? Die Rätsel sind wirklich etwas leicht. Aber gut. Nimmst du? Nur ein bisschen. Ach, wir müssen gleichzeitig drücken. Oh, jetzt wird's natürlich kompliziert. Drück! Yes. Wow. Man muss nicht mal genau gleichzeitig drücken. Ey. Schweinebacke. Hast du noch abgeholt? So. Nein, 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 nein. Ich wollte nur zu Head 2. Hier. Hallo? Kannst du mich nehmen? Können wir nicht? Ah doch, der muss ja mal den Button pressen. Push the Button. Ja, ich hab doch Geduld. Ja, du bist jetzt tot. Jetzt. Hä? Verrückt. So, hiermit... Ja, zwei. Wenn du bis 14 Uhr weiterzocken. Ich glaube nicht. Nee. Ich muss leider los. Ich muss nämlich noch einen neuen Affiliate Wave Spot drehen. Ich muss auch noch, äh... Ich hab noch einiges zu tun. Aber... Dinge! Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Das würde den Rahmen sprengen. Ja. Ist gut. Eine komplette Aufgabe. Ist ja immer schwer auch über die Sachen, die wir im Sales machen, irgendwie zu sprechen, so, weil wir ja auch in laufenden Gesprächen oder Verhandlungen sind. Und, ähm, wenn ich jetzt erzählen würde, mit wem wir die ganze Zeit sprechen und dann klappt das nicht und dann wird gefragt, warum ist denn hier und da und da war doch mal das. Deswegen ist das alles so ein bisschen, ja, mehr hinter verschlossenen Türen, sag ich mal. Ja. Das ist halt zum Eigenschutz. Sobald's um Geld geht, äh, ist es natürlich einfach überall immer so, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Ja. Was war das denn? Egal. In Schlamm gelaufen. Wie läuft der RBC? War gerade noch gefragt. Äh, gut. Ja. Auch dazu werdet ihr von dem, äh, Community-Management den nächsten mehr erfahren. Wieso einen neuen Support-Club-Werbespot? Der ist doch gar nicht so alt. Kann ich ganz sagen. Ich hab immer gelernt, bei Rocket Beans werden wir erst wieder neue Werbespots drehen, wenn die alten so ausgesucht ist, dass niemand sie mehr sehen möchte. Und solange es noch mindestens eine Person gibt, die Bock hat. Jetzt. Ach. Also haben wir noch zwei Jahre Zeit. Ja, ja. Alles gut. Kannst du hier den Haken einmal aufhängen mit deiner Machtfähigkeit? Der nervt mich aber schon. Ja, er ist doch gerade mal zwei Wochen alt noch so gefühlt. Sehr gut. Aber ich komme hier hoch mit dem? Wie sollen wir mit dem hochkommen? Also hier, da. Ja, aber ich komme ja mit dem nicht da hoch. Ach so. Gib mir Obi-Wan. Hier. Aber wie kriegen wir denn jetzt da hoch? Was ist das denn hier? Kannst du das hier irgendwie raus holen? Was ist das hier? Hier vielleicht. Rätsel sind mir zu hoch. Hier komm, ich mach das mal. Okay, was hat das jetzt gebracht? Gronkh hat immer mehr Viewer. Also kann der BDV gar nicht immer Top 1 Stream sein. Hä nochmal was? Gronkh hat immer mehr Viewer als wir. Deswegen können wir nicht Top 1 Stream sein. Aber wir sind doch nicht Top 1 Stream, oder? Was ist hier auf Deutsch? Das wäre auch vermessen, sich mit Gronkh zu vergleichen. Ach, jetzt zieht der hier die Flüssigkeit raus. Siehste? Jetzt ist doch alles cool. Da hab ich doch alles geregelt hier. Physik und so. Ist doch geil, dass da auch extra so ne... so ne... so ein Ding für steht. Was soll denn diese dummen Staffeln? Egal. Ich bin gut. Ich würde von irgendwas erschroßen. Sonst lass doch mal ein bisschen über Pen & Paper sprechen. Ja. So, das würde mich auch interessieren. So zum Beispiel, wie... wie lang bist du im Pen & Paper Geschäft schon drin? Ei, ei, ei. privat. Und wie bist du darauf gekommen und so? Weil ich muss sagen, bei mir war es halt so, ich bin nur, nur über Rocket Beans darauf gestoßen. Ah, bist einer von denen. Und hab daraufhin... Ich hatte Glück, dass ich dann im Freundeskreis halt einen Kumpel hatte, der schon länger Spielleiter gemacht hat. Aber, äh, was ich auch gar nicht wusste. Und, äh, dann hab ich noch einen anderen Kumpel gefragt. Und, äh, dann haben wir halt angefangen eine Runde zu spielen. Und die ist jetzt, glaub ich, eineinhalb Jahre alt oder so. Ähm... Also bei mir ist das schon ein bisschen länger. Ich hab, glaub ich, angefangen 2007 oder so. Mit DSA4 damals. Und bei mir haben sich so alle meine Hobbys irgendwie parallel entwickelt. Ähm, weil ich hab früher sehr viel StarCraft gespielt. Mhm. So fängt's an. Und ein Kumpel von mir war dann irgendwann mal, damals gab's ja noch in der Schule so, die Computerräume. Äh, der war dann da unterwegs und hat sich, äh, wow, mal 40.000 angesagt und angeguckt. Und da gab's wie bei StarCraft Space Marines. Und ich fand das super cool. Und dann hab ich mit Tabletop angefangen. Und wenn man natürlich erstmal in so einem Tabletop-Laden ist, fängt man auch an mit Magic. Man fängt auch an mit Pen & Paper. Und dann hab ich mir dann irgendwann die DSA4 Nullboxen gekauft. Hab mir irgendwie so ein paar Leute aus der, äh, aus dem Freundeskreis gesucht. Und dann haben wir ja Pen & Paper gespielt. Zwischendurch hatte ich dann mal so ein bisschen Pause gemacht. Und, äh, jetzt mittlerweile bin ich aber wieder so auf dem Trichter, dass ich eigentlich fast schon Regelwerke sammle. Kann man sagen. Also ich versuch jetzt einfach ganz viele verschiedene Regelsysteme auszuprobieren. Und ich schreib auch parallel als freier Redakteur für teilzeilthelden.de, einem, ähm, Online-Magazin für Pen & Paper. Und die Rezensionen, dem, dem, dem selben Kram. Ist auch sehr schön, muss ich sagen. Und deswegen ist jetzt quasi Pen & Paper so mein, ein großes Hobby geworden. Und, äh, natürlich, da kann ich auch nochmal Werbung für machen. Der Bock hat das mal auszuprobieren, äh, die Pen & Paper Taverne auf dem Rocketspeak TeamSpeak Server. Mhm. Die machen immer sehr schöne Sachen. Wie schnell bist du denn dazu gekommen auch selber? Und steckst du nicht ein? Ich kann nicht einsteigen. Da ist doch noch ein Platz. Ja, aber dann bleib doch mal stehen. Ne, geht nicht. Wirk mal Y. Geht nicht. Ja komm, fahr los. Äh, wie ich dazu gekommen bin, äh, was, ne, was würdest du sagen? Ähm, wie du dazu gekommen bist, auch Spielleiter selber so werden. Und Geschichten selber dazu schreiben. Wollte niemand anders schreiben. Also hast du's von Anfang an gemacht? Weil ich find das extrem schwierig. Findest du? Ich find das gut. Es ist, man muss ein bestimmter Typ Mensch für sein. Und man muss sich einfach, ähm, man muss einfach sich gewahr sein, dass die beste Geschichte, den ersten Kontakt mit dem Spieler nicht überlebt. Das ist das wichtigste Motto, was man ein Spieler lernt. Und wenn du das drin hast, dann ist alles egal. Oh no. Nein! Ja, selbst schuld. Ähm, ne, ich, äh, mir macht das tatsächlich mehr Spaß, weil ich, ähm, ein sehr ungeduldiger Spieler bin. Und immer gerne sofort alles weiß und immer sehr, sehr gerne schon vorlese und so weiter. Deswegen mach ich das, ähm, mach ich gerne den Spielleiter. Mhm. Und denk mir da einige Sachen draus. Das macht mir mehr Spaß. Ja. Ja. Ja, also ich hab jetzt auch, auch, äh, mir macht das total Spaß, die, die, die Schicht oder so den Rahmen halt wenigstens zu schreiben. Ich hab ja auch, äh, ein Setting gewählt, wo's jetzt nicht so, ähm, auf einmal in ne komplett andere Richtung gehen könnte. Ja. Da musst du hin. Ähm, ich hab, äh, ich hab mir das, äh, das Metro-Universum draus gesucht. Ah ja. Das ist natürlich aber auch nicht so einfach, weil du natürlich jetzt kein, äh, Fest-Plan-Paper-Material hast, sondern du hast quasi nur das Buchmaterial. Genau, also, äh, ich versuch das halt alles relativ frei zu machen, ähm, so, und mich so an ein paar von diesen Vorgaben zu richten. Was ich halt gut daran fand, war halt, dieses Tunnelsystem bietet mir halt die Möglichkeit, als Spielleiter dann zu sagen, wenn jetzt der Spieler drei Stunden auf der Station bleiben will, dann kann er es ja meinetwegen machen, da passiert dann irgendwann aber nicht mehr viel. Und wenn sie in irgendeinen Tunnel gehen, dann können sie nicht sagen, ich möchte jetzt hier rechts durchgehen, dann ist da, da ist dann kein Durchgang. Ja, das ist ein bisschen einfacher, genau. So. Kann die Gegner, die Spieler so ein bisschen lenken. Genau, ich kann die Begegnung besser planen, so, und kann schon mal vorgucken, wie viele Gegner wann wo kommen und so, aber, ähm, ja, was ich schwer finde, ist halt dieses Balancing, weil ich's halt noch nie gemacht hab, der Charaktere und, ähm, und, ähm, der Gegner dann halt. Dass jetzt nicht die Charaktere zu overpowered sind oder die Gegner zu overpowered sind. Was ich da nur empfehlen kann, äh, immer verdeckt würfeln und dann einfach ein bisschen hin und her schieben, so was passt. Also, du bist ja als Spielleiter weniger Geschichtenschreiber als Regisseur einer Geschichte. Mhm. Und, ähm, da kannst du auch mal einige Sachen ein bisschen so drehen, dass eine coole Geschichte rauskommt, weil das ist eigentlich das Wichtigste, das ist nicht, für mich zumindest nicht das Wichtigste beim Pen & Paper-Spielen, genau nach den Regeln zu arbeiten, sondern das Wichtigste ist, eine gute Geschichte zu erleben. Mhm. Und da kann man dann auch mal mehr Augen zudrücken als Spielleiter. Was sollte man? Der Ton kriselt, wie gesagt. Aber wessen Ton hat das? Ja. Was war so von deinen, also wenn du jetzt schon mehrere Geschichten schrieben hast oder so, hast du irgendwann eine Lieblingsgeschichte oder so, oder? Ähm, also wir haben schon, oder ich hab schon zwei größte Kampagnen gespielt, das eine ist die G7, die sieben gezeichneten, von DSA, müssen wir uns hier vielleicht irgendwie draufstellen, aber hier haben wir zu wenig Leute. Wo sind unsere anderen denn? Die müssen wir uns aber nicht holen. Ähm, das ist quasi eine der größten DSA-Kampagnen, die es gibt. DSA ist das Schwarze Auge, so das größte deutsche Regelwerk, was man kennt. Ähm, die war ziemlich, ist ziemlich episch, aber auch sehr oldschool, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Und wir haben für Cthulhu, Call of Cthulhu, haben wir gespielt, äh, die, ähm, den Horror im Orient Express, auch eine relativ große Kampagne, die auch sehr, sehr schön war. Und da haben wir jetzt, glaub ich, anderthalb Jahre dann gespielt. Und die war wirklich sehr, sehr cool. Also, nächstes Mal ist alles gut. Ist wieder weg. Ach ja. Hh duh 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 duh. Mhm. Hm. Genau, und weil vorhin noch die Frage kam, was ist ein gutes Anfängerregelwerk? Call of Cthulhu kann ich jedem empfehlen, der Bock auf Horror hat. Also das ist eigentlich super easy und super leicht verständlich. Savage Worlds ist auch cool. Das, was Florentin AlphaTaur benutzt hat. Welches? Savage Worlds. Achso, ja, das hast du mir ja auch gegeben für meine Geschichte. Und Fate. Fate kann ich auch jedem empfehlen. Da braucht man aber einen erfahrenen Spieler dafür. Ja, ich finde Pen & Paper ist, weiß ich nicht, ich finde es einfach geil. Es macht so Bock und ich kann auch immer irgendwie allen Leuten, die Leute so aus meinem Umkreis sind halt nicht so, ich kenne das halt nicht so. Das heißt, du kannst auch erstmal ja eine Stunde erklären, wie das überhaupt funktioniert und die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und dass man dann nur sitzt und halt im Kopf und so und finden das am Ende aber irgendwie alle geil und dann so, ach geil, wir aber auch mal spielen oder zugucken oder so. Und diese Geschichten einfach zu erleben. Und ich habe auch das Gefühl, also ich bin auch schon so weit, das ist noch sehr weit entfernt, aber dass ich auch denke so, ich finde das ist eigentlich auch total geil, um das mit der Familie später zusammen zu machen. Und ich kann mir das gut vorstellen mit den Kiddies und wenn man dann halt irgendwas Kleineres macht, was nicht so kompliziert ist, aber die Kinder lernen ja dadurch dann auch schon irgendwie bestimmte Verhaltensweisen und wie kann ich sozial interagieren oder wie geht beeinflussen, wie geht überreden, ganz wichtig, wie geht lügen. Natürlich, das kann man als Kind natürlich. Aber auch, dass man vielleicht auch in Charaktere schlüpft, wo man das geführt, das ist man selber nicht, dass man halt dann der große Krieger ist oder der Zauberer oder dass man halt ein Schambolzen ist und keine Ahnung. Ja, man hat auf jeden Fall sehr viel Sozialkompetenz beim Pen & Paper Rollenspiel, muss man sagen, weil man einfach gezwungen ist, mit anderen Leuten zu interagieren. Es ist nicht so, dass du, du kannst auch alleine spielen, wenn du willst, aber es ist natürlich eigentlich eine Sache, dass man das mit Meeren zusammenspielt und da lernt man, das ist einfach zwangsläufig. Was ist das denn jetzt hier? Du pflanzt Sachen. Und tatsächlich ist es auch mittlerweile so, es gibt so viel, der Pen & Paper Markt ist echt sehr gewaltig. Es gibt jetzt viel mehr als nur Cthulhu, Shadowrun und das Schwarze Auge oder Dungeons & Dragons vielleicht noch, sondern es gibt so viel verschiedene. Systeme und Regelwerke, dass für jeden eigentlich was dabei ist. Es gibt auch tatsächlich, wer, was man seinen Kindern irgendwie auszunehmen möchte, es gibt auch spezielle Regelwerke, die nur für, weil die besonders kindertauglich sind. Nächstes Mal. Ich komme ja nicht hoch. Ich komme ja nicht hoch. Du hast so eine Schusswaffe. Ja, aber ich treffe die auch nicht. Und da oben müssen wir hier jetzt die Treppe hochbringen. Ja, ich muss gleich die Treppe da versetzen, aber es kann ja nicht so lange die Schicksale nicht hier. Wer sind denn Steffen und Mirko? Ja, das haben wir doch vorhin erklärt. Aber wer sind Steffen und Mirko wirklich? Ja, okay. Okay, das ist eine gute Frage. Weißt du, ich glaube, das kommt darauf auch an, wie man die Frage versteht. Und die Frage ist doch, wer bist du denn? Ich bin schon so lange hier. Bin schon seit fast fünf Jahren hier? Nee. Wäre ich oder wäre du? Nee, ich. Ja, du bist schon fünf Jahre? Nee, fünf sind es so vier. Wieso lange gibt es den Laden? Vier sind wir jetzt hier. Vier Jahre. Im Mai sind es vier Jahre, genau. Ich bin seit letztem Jahr Januar hier. Eigentlich sind wir Manuel Neuer, ja. Ja. Er tappt. Können wir nicht rein, schade. Hier, hier brauchen wir eine Sturmtruppe, haben wir nicht. Neue Sturmtruppe haben Zugriff. Klar. Ja, den Rocket Beans TV YouTube-Kanal gibt es schon länger. Stimmt, aber ich bin quasi im Mai nach Senderstart dazugekommen. Kommt mir mal irgendwie so was geiles. Das ist doch geil. Ich verstehe jetzt nicht. Ja, aber ich brauche mal so ein visuell ansprechendes. Irgendwie, wo ich in so ein Raumschiff steige und alle wegballere oder so. Ach so. Ja. Weißt du? So was meine ich. Ich glaube, ich habe damals Indiana Jones... Oh, ab hier kann ich nicht hier kommen. Da kannst du jetzt hoch latschen. So einfach ist das. Wie der das Rätsel gelöst. What? Turbospeed! So, und jetzt können wir... Ich bin hier eingefangen. Ja, das ist nicht mein Problem. Du machst das schon, Mirko. Kannst du das nicht wegheben mit deiner Macht? Ich weiß nicht. Nee. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ich jetzt hier muss man es benutzen. Das will ich Luke Skywalker benutzen. Ja, kacke, hä? Kommt mir, warum wir mit beiden Charakteren hinfegen. Ja, ich... Jetzt haben wir getauscht. Scheiße, jetzt kriegt Rapio. Nein! Man kann doch irgendwie auch so noch wechseln. Wie? Wieso? Die wollen doch nicht hoch, die anderen. Scheiße. Ja, ja. Jetzt. Oh, Gott sei Dank. Ach, jetzt sind wir ausgesprungen plötzlich. Ja, wix. Ist hier noch irgendwie was? Willst du vielleicht machen was? Habt ihr einen Savepoint? Ja, ich hab keine Ahnung. Wofür brauchen wir einen Savepoint? Das ist eine gute Frage. Aber wenn du von Rocket Beans für Pen & Paper angefixt worden bist, ne? Ja. Bist du dann nicht mit komplett falschen Erwartungen und das Pen & Paper angegangen? Weil letzten Endes ist das, was wir bei Rocket Beans als Show machen, ja nur marginal vergleichbar mit einer tatsächlichen Pen & Paper. Weißt du, was ich meine? Mh, ja. Ist noch so was? Weiß ich nicht. Also ich hab jetzt nicht so das Gefühl, also ich hab nicht das Gefühl, dass ich irgendwie enttäuscht worden bin oder so durch die Runden, die ich hatte. Ich hab auch einen Kumpel als Spielleiter halt, der hält sich jetzt nicht so an alle Pen & Paper Regeln so streng, sondern der macht tatsächlich das meiste eigentlich on the flow und der auch so ist so, ja, egal, Hauptsache ich hab irgendwie so Spaß. Ja, okay. Geht mir jetzt nicht darum, dass ihr ... Ist gut. Ach, dafür der Safe Point. Wir gehen mal in die Kantine, machen was anderes. Ähm, keine Ahnung. Also würde ich jetzt nicht sagen. Nicht bewusst. Was ist das denn? Doch, warum hab ich jetzt plötzlich einen Zylinder auf? Boah. Die kleinen Sachen machen Spaß. So, wir kommen, wir gehen mal in die nächste Episode. Ja, wir hätten 80-80 gehabt jetzt. Das wär mein Climax gewesen. Komm, wir gehen mal in Episode 6. Das ist enttäuschend. Ja. Voll. Benutzt, das würde mich mal interessieren, jetzt an den Chat benutzt ihr eigentlich, oder wie intensiv benutzt ihr unsere Website? Weil das ist ja schon unser Ziel, dass ihr euch vermehrt darauf aufhaltet und auch, dass ihr halt Sendungen abonnieren könnt und halt dann Nachrichten kriegt, wann diese Sendung kommt, anstatt halt diesen YouTube-Feed, wo ihr einfach alles reinkriegt. Ihr könnt ja mal was zu schreiben. Oh, in Episode 3 haben wir Raumschriftgeballer. Wollen wir Episode 3 spielen? Ja. Wir müssen jetzt aber Raumschriftgeballer haben. Ja, jetzt. Was tut der da? Mach mal gleich. Nee, nur Twitch, nur für den Sendepfaden. Nutzt du die HP oft? Blender. Oh, und wie ich sie benutze. Oh, dass man es noch nicht abbrechen kann. Ich will doch jetzt in Episode 3 und Raumschrift fliegen. Wir haben eine Website. Guck mal rauf. Weg, Flexer. Geiler Name. Chewbacca. So, jetzt. Komm raus hier. Also dieses Jahr sollen auch noch so ein paar Sachen kommen für die Website, die euch auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten geben. Das kann man ja ruhig schon mal so sagen. Womit wir auch die Plattform noch angenehmer für euch machen sollen. Wollen. Wir entwickeln die ja ständig eigentlich weiter. Genau. Die ist ja jetzt nicht einfach fertig und zu Ende. Ist auch ein Projekt. Ist auch ein Projekt. Aber ich lese schon viele, die es benutzen, viele, die nur Twitch benutzen. Ich meine, das ist ja auch nicht so leicht, seine Plattform zu ändern und seine Gewohnheit zu verändern und zu sagen, okay, das ist ja das Schwere, wirklich einen Mehrwert zu bringen. Und wenn man halt, ja, ich kenne das ja selber, wenn man immer auf Twitch irgendwie ist und dann halt sein ein Streamer guckt und dann sieht man, da läuft es noch der und dann guckt man immer da und dann da und hat das schon irgendwie im Tab und ist sowieso immer offen gefühlt so, dass dann die Hürde zu sagen, okay, jetzt benutze ich nur noch die Website. Cool. Geile Stelle. Ja, wir dürfen anscheinend nicht sterben. Mach das mit umgekehrter Steuern. Boah, shit, invertiert. Junge. Endlich Action. Wer bin ich überhaupt? Du bist blau. Ah, ich bin blau, okay. Also gelb. Ja, macht Sinn. Das ist aus so dumm. Schatz, Lärme eigentlich. Du musst gar nichts machen. Ist auch egal, ob du irgendwas triffst. Ich dachte, jetzt musst du mir vorne diese roten Dinger abschießen. Toll, wieso? Ich kann ja nicht mal ziehen. Ich kann nicht. Nein! Ich konnte nicht. Du musst nicht außen anfangen. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt trifft er direkt, oder was? Jetzt komme ich nämlich durch. Geil. Spektakulär. Ne? Das ist eher was für kleine Kinder. Nein, das ist fantastisch. Kleine Kinder? Wenn ich alle ein bisschen kleine Kinder. Ich finde, es ist sehr wichtig, sich das Kind im Inneren zu bewahren. Das stimmt. Ich habe auch mal gesagt, dass ich ein Quatschkopf bin oder so. Ja, das stimmt. Das, äh... Ich finde das gut. Spricht auch der Warten. Das ist der Tier. Was soll ich denn machen? Der Tier hat sich sehr gut. Ich muss wahrscheinlich wieder von einem Geziescheiben schießen. Ach, als Kind war es doch als Spannung... An Spannung ist es nicht mehr zu erbieten hier, was man hier abgeliefert bekommt. Ich würde sagen. Ich finde übrigens auch eine gute Säge aus dem dritten Teil. Ich finde das schon ein ganz neues Spektakulär. Wenn die dadurch das Weltraum-Battle da haben. Sehr detailreich. Das stimmt. Ich nehme die Geschützkrone rum. Äh... Da vorne kommen gleich wieder Ziedinger. Ich nehme links. Das ist klar, oder? Oh, ich... Möko! Du hast auch noch nie getroffen! Jetzt! Das muss man jetzt so landen. Wir haben 8 von 10 von diesen. Oh! Oh! Pff! 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 Hey! Pff! 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 was sie hier unterhaltungswert der unseren sender mit mehr originalen live content bestimmt war je die ruhe im heiß geworden oder so wie davon sind wir sagen zu schießen trifft doch mal das sind ja nur der meister das ist ja voll unrealistisch da stehen gar keine schiffe im hangar ja ich habe ich noch 216.000 steine mirko können wir uns schon ein haus von bauen wieso sieht man wenn ich gut gefallen wobei den hass ging okay episode von der uk 8 hat mich dann irgendwie abgefuckt visuell gut aber sonst je länger ich drüber nachgedacht habe ist so ich glaube ich habe so acht noch gar nicht gesehen einfach weil mich das irgendwie schon vorher nicht so mehr so interessiert ich habe aber tatsächlich war nicht sehr gut den star wars bilder und ein general grieber hier die schalter betätigen die aussehen wie diese gummi reifen wie wir es doch immer nicht verstanden warum vielleicht ganz im chat aufklären warum grieber hustet das war ja gut an clown wars dass man noch mehr backgrounds in general grieber sind so dass das alles noch dieser krieg noch ein bisschen mehr input dadurch bekommen hat dadurch ist das alles noch mal ein bisschen tiefer das stimmt auch wenn ich da viele streckenweise fand ich die die folgen auch sehr anstrengend und langweilig war noch an die klaren wars ja aber hier zu hoch gibt ja auch hier ist 1000 rebels die augenzen sind ja mit starb maul und so auch noch nicht ganz toll ich habe auch keinen haken ich habe auch keinen haken ich habe auch noch nicht ganz toll der war ein mensch ok solo habe ich nicht gesehen tatsächlich ich weiß nicht warum wir mir vorbeigegangen ich frage wieso aber nicht auch gesagt will ich nicht ins kino ja habe ich auch gehört aber ich muss tatsächlich auch sagen so ich bin auch so ein typ der gibt nicht so viel auf kritiken und andere meinungen weil ich auch nicht ich gucke filme auch nicht so so kritisch oder achte auch so auf die sachen so krass sondern ich beurteilen film tatsächlich einfach nur wenn ich ihn gesehen habe ok der fand ich gut da hatte ich spaß und dann ist er gut für mich so deswegen ich wäre sowieso generell mit kritiken immer immer vorsichtig weil es liegt dann letztendlich liegt es immer bei euch ob euch der film gefällt und wenn man jetzt nicht so keine ahnung nicht so der ja es nicht episode 8 ist ein schlechtes beispiel aber ja es liegt immer bei einem selbst zu sagen ja der film ist ist gut der ist schon bestimmt kommt einfach auf die geschmäckerer war noch so oscar film und die dann so filmisch und bildtechnisch mega inszeniert sind und so und wo dann die leute sagen so ein genialer film so und dann sitze ich dort also und denke mir so ja hier wird nicht wenn die leben keinen spaß machen hier solo ist gut wird gesagt ja guck mal an haben wir schon gelegenheit mehrere wenn es ist nichts ne 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 ein disney video die plattform abo holen weil warum ich überhaupt nicht zum disney außer vielleicht meinen anderen film aber jetzt wo sie 20 cent kauft haben wird es natürlich eng aber wir haben ja schon viele viele markt runter geschmissen der d2 ja jetzt so sorry ich habe mit acht besser gespielt es geht ja auch nicht ums gameplay es geht um das worüber wir reden jetzt kommt für die inhalte also schon konto wo ich bin ja mit der zudem zu die bosse waren immer relativ knackig erinnert mich ich bin tot okay das war nicht so krass aber ich denn jetzt habe ich auch ein die lösung back sprunger will griff sparen okay das war so toll nicht mal egal sprunger auf so geht es weiter so wie raus da hat jetzt wird es passiert dann darf ich über die löcher rüber shit die steine die zähne kann ich nicht erinnern das war nervenaufreibend zeit für die jahre und kann man gleich den freien spiel spielen was war eigentlich dreh so sachen aber ich mache wieder 1000 geld paar minuten haben wir noch das wäre fantastisch hatte hier ist durch haben es nur der zudel ist wahrscheinlich durch oder so schlau das kinderkram deswegen bist du auch head of marketing und pr ja weil ich solche rätsel lösen kann wer ist der lieblings star austeilen ich glaube tatsächlich hoch waren danach kommt episode 4 ne episode 5 finde ich glaube ich sogar noch besser als episode 4 ich bin ein freund von kriegsfilmen deswegen will ich krieg ja für den müssen wir das ding runter lassen oder ich bin nicht hoch jetzt kommt auch und dann übrigens filmreihe meine lieblings filmreihe das ist schwierig herr der ringe der ringe ist geil und gold alles sieht lächerlich auch automatisch lächerlich aus wenn es in lego gebaut ist außer lichtschwerter lichtschwerter sind immer ja stimmt kann ich kurz erklären wie audio flick funktioniert soweit ich weiß ich mag mich nicht dafür verbirgen müsst ihr quasi den film parallel wieder im star wars den film parallel bei euch starten es gibt dann ein signal bei uns im stream wann ihr den film starten sollt und dann könnt ihr quasi die kollegen wie einen zusätzlichen audio kommentar euch anhören während der film läuft wenn ich das richtig verstanden habe das richtig sehr gut danke regie naja weiß ich ob die herr der ringe serie weiß ich noch nicht ich finde herr der ringe ist mit den drei teilen so wie es ist gut und braucht nicht mehr ich fand auch den hobbit auch überflüssig ja bei der hobbit ist auch immer so ich finde das schlagendste argument dafür dass es quatsch ist ist wenn ich am ende der drei teile überlege ähm ja wie hießen die charaktere denn jetzt alle noch ja ich kann mich an keinen namen ändern und denkst so ja jetzt ist der halt also der hat auch seine coolen momente sowas nicht und der hat auch das das herr der ringe feeling aber es braucht es halt nicht ja herr der ringe ist als trilogie gut auch nicht mehr auch keine serie das ist jetzt nicht so dass ich hobbit nicht auch schon vier mal alle teile gesehen hätte ich hab den euch da einmal bei herr der ringe habe ich gefühlt schon er muss sich auch wieder herr der ringe nicht mehr sagen ja ach ja noch vier minuten gibt es noch ein paar fragen oder so ne fragen an uns ich glaube nicht hobbit war für mich geiler als herr der ringe ist aber mutig das öffentlich zu sagen ja der hobbit ist schon noch was eigenes das stimmt aber ja ich weiß nicht ich fand den okay ich fand den nicht das ist das ist und Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Toll. Aha. Ah. Das ist ja unfair. Schön auf den Stein auspusten. Hallo, der. So, reicht's auch, ne? Jetzt reicht's mir. Reicht's auch. Dir nichts mehr zu sagen. Oh, schönes Spiel. Na, ich hab's doch durch Fortsetzen gedrückt. Das war doch nix. Ich hab's auch so gut ist. Ja. Ja. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, äh, Forum könnt ihr natürlich immer gerne benutzen. Genau. Da bin ich auch unterwegs. Über die Rocket Bains Seite natürlich, Webseite. Ähm, wir überlegen gerade noch, äh, einen eigenen Thread im Forum für den Bush-Fund. Gibt's doch noch was zu machen. Nee. Doch. Wurde der jetzt schon erstellt? Gamebody hat sich drum kümmert. Guck mal, ich weiß nicht mal, was um, um die Sendung herum passiert. Ja, siehste. Ähm, ansonsten, lass dein Like da, schreib dein Kommentar, ähm, abonniert den Kanal, macht die Glocke an. Äh, Marketing und so. Sehr gut. Ja? Ich bin stolz auf dich. Sehr gut. Dann, äh, nächste Woche gibt's bestimmt schon die nächste Folge. Äh, schaltet gern wieder ein. Ich poste dann noch irgendwo, wann genau, weil wir haben noch keinen festen Termin. Den suchen wir aktuell noch, aber den finden wir bestimmt auch noch. Wenn sich jemand findet, der überhaupt noch Bock hat, ob das Ganze hier. Da hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Okay, cool. Tschüss. 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 Tschüss.